Die Kunsthalle Bernburg hat jedes Jahr von April bis Oktober geöffnet und in diesem Jahr haben wir eine Ausstellung des Künstlers Michael Fischer Art aus Leipzig, die wir beeimaten dürfen. Zusätzlich organisieren wir, das heißt das Museum Schloss Bernburg und die Stadt Bernburg, zusätzliche Veranstaltungen mit der Unterstützung des Freundeskreises Kunsthalle Bernburg e.V. Heute haben wir einen Brunch veranstaltet und wollen uns über die zahlreichen Besucher, aber bis zum 15. Oktober, wann die Finissage sein wird, haben wir noch weitere Veranstaltungen geplant und zwar noch eine Kindermalaktion und ein Chorauftritt in der Kunsthalle. Wir hatten aber auch schon bereits mit dem Künstler zusammen eine Malaktion und auch einen Cocktailnachmittag. Bleiben Sie gespannt und kommen Sie gerne die Kunsthalle besuchen.